Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 28. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 447 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Paypal, Telegram, Windows 95, Konsole Plus, Nicht-Überspringbar und YouTube-Statistik. Ich beginne gleich mal mit dem ersten Thema und da handelt es sich um Paypal. Die haben bemerkt, dass Möglichkeiten von Instant Cash, von Freund zu Freund, von Kollege zu Kollegen, von Arbeitskollegen zu Kollegen senden und so weiter ziemlich im Trend liegt. Zum einen in den Staaten gibt es das Ganze mit Apple Pay Cash, leider hier in Europa noch nicht ausgerollt oder außerhalb der USA noch nicht ausgerollt. Aber da gibt es ja auch diverse andere Möglichkeiten. Venmo, Zell, was Zell, Squares Cash zum Beispiel in den Staaten. Hier in der Schweiz gibt es das von Twint, eine der Möglichkeiten und andere Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Deutschland, glaube ich, hat die Sparkasse sowas im Angebot etc. Und jetzt möchte ich da Paypal auch mehr mitmischen. Die Möglichkeit ist ja schon länger gegeben, dass es eigentlich geht. Mit dem letzten Update für iOS und Android rutscht das Ganze jetzt auf den Homescreen der App. Also wenn ihr die App startet, habt ihr oben eine kleine Übersicht, was ihr zuletzt ausgegeben habt und dann zwei grosse Button. Geld senden und Geld anfordern. Bin mal gespannt, ob sich das mehr durchsetzt darüber. Ich hoffe nur, sie schaffen es auch mal die ganzen Grenzen abzuschaffen, sodass zum Beispiel wir Schweizer auch Richtung EU was schicken können ohne Grossgebühren bezahlen. Und umgekehrt logischerweise natürlich auch. Weiter geht es mit Telegram. Die haben ein weiteres Update in ihre Desktop-Clients geliefert. Und darunter fällt natürlich auch die Windows-Client-Version. Die ist auf der Version 1.3.13. Und da wir einige Hörer haben, die den Nutzen, den Client oder die Messenger-Möglichkeit, möchte ich natürlich die News hier auch mit einbauen. Neu gibt es den Dark-Modus, wo ein bisschen mehr überarbeitet wurde mit dunklen Blautönen usw. Also nicht alles ganz so dunkel ist, wie es eigentlich vorher war in der ersten Version. Und ihr habt neue Möglichkeiten beim Exportieren von Chats. Also wenn ihr ein Chat exportieren möchtet, könnt ihr da nur die Bilder, nur die Videodateien, Sprachnachrichten etc. rausnehmen oder eben alles zusammen usw. Das könnt ihr individuell einstellen. Finde ich praktisch. Und auch bei den Benachrichtigungseinstellungen hat sich ein bisschen was getan. Wer es mehr interessiert, daily.geektalk.ch, da haben wir das Ganze in den Shownotes als Link eingebaut. Windows 95, das waren noch Zeiten. Solitaire, Minesweeper und Co. sind zurück. Wer nicht ganz so alt ist von unseren Hörern oder vor allem auch diejenigen, die halt ein bisschen älter sind und Windows 95 gekannt haben, die können das mal ausprobieren. Das gibt es jetzt zum Runterladen über Open Source, also auf GitHub. Dort könnt ihr euch die Datei runterladen und dann für Windows, Linux und macOS installieren. Je nachdem, was ihr natürlich braucht, ist zu bevorzugen. Schon circa 130 MB ist die App groß und schon könnt ihr mit dem ersten Startmenü, das es jemals gab, mit dem ersten Internet Explorer etc. ein bisschen rumexperimentieren. Für die Jungen sicherlich ein Schock. So haben wir früher Computer gemacht, also zumindest die, die auf der Windows-Seite waren. Und für die Alten oder für die Älteren unter euch, die haben ein bisschen Retrofeeling. Das scheint ja sowieso in zu sein und gefragt zu sein. Es ist vor kurzem aufgetaucht, dass Microsoft eine neue Möglichkeit sucht, um Xboxen unter die Kunden zu bringen. Und da sollte es ein Konsolen-Plus-Abo geben und gibt es jetzt auch. Kurz ist es aufgetaucht auf eine News-Seite und dann wieder verschwunden, auch bei Microsoft selber. Aber mittlerweile ist es soweit, es gibt sie die, ja quasi finanzierte Möglichkeit, eine Konsole sich anzueignen. Ihr könnt die Konsole monatlich mieten, Xbox Live Gold ist da mit drin und der Xbox Game Pass. Heißt, ihr bekommt monatlich die Gold-Spiele, die es so gibt. In der TikTok-Spiele-Folge haben wir ja jeweils einen Hinweis, welche das aktuell jeweils sind. Plus eben mit dem Game Pass habt ihr einige hunderte, ich glaube mittlerweile hunderte von Spielen, wo ihr Zugriff drauf habt. Und da sollen ja auch nächstens dann die grösseren, die aktuelleren Klassiker, äh, Spiele reinkommen, nicht nur die Klassiker. Da darf man gespannt sein. Das Ganze ist so abgewickelt, dass man je nach Modell, ob man das die Xbox One S oder das grössere Modell, das One X wählt, zwischen 22 und 35 Dollar im Monat bezahlen darf. Am Ende der Laufzeit von 24 Monaten gehört die Konsole euch dann. Und ja, ihr habt während der Zeit nicht nur Geld gespart, sondern auch immer fleissig neue Spiele drin bekommen, ohne dass ihr was gekauft habt. Könnt natürlich da aber auch Spiele dazu kaufen. Macht auch Sinn, wer es mag. YouTube hat was umgestellt bei den Werbungen. Das tun sie immer wieder mal, ein bisschen rumspielen, ausprobieren etc. Und ja, was fällt jetzt weg? Kennt ihr das? Ihr schaut einen YouTube-Film an und dann habt ihr da unten, äh, kommt die Werbung eingeblendet und ihr freut euch schon drauf auf 4, 3, 2, 1 Werbung überspringen. Ja, das ist Geschichte. Denn Google, äh, ja, Google, die Tochter hinter YouTube, hat das Ganze jetzt herausgenommen. Die Möglichkeit gibt es nicht mehr. Heißt, ihr werdet ab jetzt sofort immer bei Videos, die vorab abgespielt werden, mit bis zu 20 Sekunden langen Werbetiteln bombardiert. Wenn es dann keine für euch optimierte ist, ist es natürlich schlecht. Wenn es optimierte ist, nicht. Ansonsten, ja, wahrscheinlich hat YouTube ein bisschen zu wenig von ihren Premium-Abonnements verkauft, wo man die Werbung ja eigentlich wegkaufen kann. Das könnte das Ganze vielleicht ankurbeln oder die Leute irgendwo anders hintreiben. Wir werden es sehen. Auch bringt, nachdem es Apple ja angekündigt hat für iOS, Google, für Android und, ähm, Facebook jetzt in den ganzen Apps inklusive Instagram und so weiter mit reingebaut hat, kommt jetzt auch YouTube daher und bringt euch eine Statistik, wie lange ihr denn auf diesem YouTube gewesen seid. In eurem Account, den Einstellungen, findet ihr einen Punkt Schaudauer. Klingt relativ schaurig irgendwie. Aber, ja, komische Übersetzung. Auf jeden Fall da draufgeklickt und ihr seht die tägliche, die siebentägliche und die mehr, also, ja, so eine, ja, wie man es ja kennt, Statistik für heute, gestern und die letzten sieben Tagen. Plus natürlich ein Mittelwert. Und da könnt ihr mal ein bisschen reinschauen, wie fleissig oder wie viel Zeit ihr in YouTube verliert, Schrägstrich, gewinnt. Der eine daran, der lernt ja was darin und die anderen lassen sich nur berieseln. Das ist ja komplett unterschiedlich bei der riesen, äh, Vielzahl an Möglichkeiten, ja auch kein Wunder. Lasst uns doch mal wissen, wie viele Stunden das ihr gestern, vorgestern oder in den letzten sieben Tagen, auf diesem YouTube verpasst, verpasst, verbraten habt. Ich werde das auch mal raussuchen und morgen einen Tweets dazu machen oder heute besser gesagt. Ja, das war's eigentlich auch schon. Der Dienstag geht jetzt noch rum und morgen heisst für mich fast schon dann aufstehen, wenn die Daily rauskommt, denn es geht auf nach Berlin. Früh aufstehen ist angesagt. Und ja, euch bis dahin einen schönen Tag und wir hören uns wieder. Würde mich doch freuen. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.